Solche Ideen kommen wieder nur von dir kommen. Ja, normal. Nix normal. Ja doch. Es gibt nichts geileres als an Halloween auf einem Friedhof spazieren zu gehen. Nein. Ich schwöre es dir, Digga. Nein. Ich sag dir. Die Wahrheit. Das ist gar nicht cool. Das ist richtig cool wie dich. Und das ist... Boah. Doch, ich schwöre es dir, das ist geil. Dann gehst du den übelsten Kick, Alter. Da wirst du gleich sehen. Richtig geil. Bist du bereit? Nee. Nee? Nee. Komm, los, auf. Nein. Doch. Nein. Los, komm. Ja. 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 Aus der Toten Kick. Aus der Toten Kick. Aus der Toten Kick. Das ist schon übel. Die fallen in die Eule, ne? Ich hab mal gehört an Halloween stehen die Toten wieder auf. Glaube ich wohl kaum. Ah, doch, ich glaub da dran. Ich nicht. Da ist einer. Hast du das gehört? Nein. Ne? Hast du nicht? Nein. Hab ich nicht gedacht. Ich weiß nicht. Von hier irgendwo so. Hier so. Hier so. Hast du es nicht gehört? Nein. Nein. Haben wir keinen Angst. Ich will wirklich so. Das kommt von hier einfach. Nee, nee, nee. Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Ich weiß nicht. Buskeller. So. Das ist alles gut. Ne? Guck mal da hinter dem Busch. Da hat sich was bewegt. Doch, ich schwör's dir. Doch. Guck mal, der Busch wackelt. Wackelt nicht. Natürlich wackelt er. Guck mal hier. Bist du dir sicher, Alter? Da ist der Wind. Da ist was drin. Doch, da ist was drin. Schatz. Jahrhundert. Verrächter. Guck mal, die sind. Ja, ich bin. Zahe. Guck mal. Guck mal. Schatz. Guck mal. Untertitelung des ZDF, 2020